Servus, grüß euch und hallo aus der wunderschönen Weststeinmark. Ich bin der René, herzlich willkommen bei SlotRacing vor Holzberg hier in unserem kleinen Hobbykeller am Zigallerring. Leute, ein neues Thema möchte ich heute einmal aufreißen und zwar Nesca. Viele bei uns hier oder vielen sagt das gar nicht so viel. Hört man immer wieder, lest man drüber. Ja, wie auch immer, Rennklasse in Übersee in Amerika sehr, sehr beliebt. Und da kommt ja auch heuer wieder von Carrera eine 132er Serie heraus. Vielleicht nicht uninteressant, wie gesagt 132 sind zwar nicht unsere präferierte Geschichte, aber schauen wir mal. Und vor allem Nescas sind relativ groß. Muss man sich anschauen, wie die 132er dann wirklich von der Optik und vom Fahrverhalten sind. Schauen wir mal. Aber es ist schon ein Blick wert, ein bisschen sich das Ganze näher anzuschauen. Dazu würde ich mal sagen, legen wir los. Die Rennserie gibt es ja wirklich schon sehr, sehr lange in den USA. Es gab schon vor vielen Jahren auch im Maßstab 1 zu 32 von Carrera, Nescas. Es gab auch generell am amerikanischen Markt immer wieder Nescas, die hier gar nicht verkauft wurden. Auch sehr interessant. Stockcars, wie auch immer. Für mich ist es grundsätzlich sehr interessant. Auch aus einem anderen Grund. Es gibt hier in Graz in der Nähe eine Nesca-Oval. Sechsspurig Carrera Digital. Klingt spannend, Leute. Ich habe auch schon mit dem Besitzer geredet. Schauen wir mal, vielleicht wird das in Zukunft was mit einer Bahnbesichtigung. Mich persönlich würde das irrsinnig interessieren. Auf jeden Fall, weil wie gesagt, das Ganze hier mit 20 Fahrzeugen, also sprich auch Hindernisfahrzeugen und so weiter, das ist schon eine ganz andere Art von Slot Racing. Ganz klar. Hat aber sicher auch seinen Reiz und vor allem mal ganz was anderes zu unserem herkömmlichen Slot Racing. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt. Wie gesagt, ich habe sehr viele Fragen. Natürlich bin ich schon sehr gespannt drauf. Worauf ich jetzt noch zusätzlich kommen möchte an der Stelle und zwar ein großes Projekt. Bauprojekt, wenn man so möchte. Der Bertl, wir bauen jetzt demnächst natürlich unseren Mostkellerring beim Bertl zu Hause neu. Der Thorsten wird uns auch dabei unterstützen. Also da wird es immer wieder vielleicht ein paar Videos gehen, ein paar Updates, Bahnbautagebücher. Schauen wir mal, bin schon sehr gespannt drauf. Nächste Woche soll es hoffentlich losgehen. Und ja, das ist ein großes Projekt jetzt. Da haben wir schon alle Hände voll zu tun. Danach, wenn das fertig ist, möchte ich mich wieder dem Zigollering widmen mit ein paar neuen Updates. Und das Ganze habe ich mir dann so vorgestellt. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt ganz gut. Halbwegs gute Übersicht jetzt da über den Zigollering. Und zwar, meine Idee war folgendes. Ja, ihr kennt es ja schon, unser Short, also sprich unseren Plug-in, wo wir unsere Kurzstrecke fahren. Ja, das ist dann ein Oval sozusagen, oben verlinkt. Auch ein interessantes Video dazu. Das bringt uns Abwechslung pur. Meine Idee war es jetzt, hier am Zigollering einen Speedway zu bauen. Ja, also sprich ein Außen-Oval, wenn man möchte. Ganz oval wird es zwar nicht, es wird ein bisschen konisch, aber ein Außen-Ring. Und das ist dann eine reine Speed-Strecke. Ja. Und, kommen wir jetzt dazu, nicht auf zwei Spuren, nicht auf vier Spuren. Nein, auf drei Spuren. Ja. Ist ein bisschen ein baulicher Aufwand, natürlich. Ich habe mir das so angeschaut. Wenn ihr euch das jetzt hier anschaut. Wir haben hier jetzt da, ja, den Innenbereich, die Innenspur, wenn man so möchte. Und hier wird innen noch eine Spur angefügt, ja. Das heißt, diese Spur geht die ganze Zielgerade entlang, bis hier ans Ende. Dann haben wir hier die langgezogene Viererkurve, ja. Die Stefan-Kurve, die sich rauf bis auf die Berggerade zieht. Die bekommt dann im Innenbereich vielleicht die Dreier, eine Dreier-Schiene dazu, also eine Dreier-Kurve dazu, ja. Aber nur eine Spur, natürlich. Die Außenspur von der Dreier, die kommt innen, wird die angefügt. Und die ganze Berggerade, bis hier rauf, bekommt auch noch eine dritte Spur. Hm? Jetzt wird es ja sagen, naja, schön, aber wo ist das Oval? Da ist kein Oval, aber das hört hier auf. Ja, klar. Jedenfalls wird das dann so sein, dass hier, und zwar, ich zeige euch das hier so nochmal. Ja, vielleicht so sieht es ganz gut. Ja. So. Ja. Ja. Hier haben wir jetzt da diese X-Weiche jetzt hier, hier dann oben am Ende. Vor dieser X-Weiche noch, ja, wo sozusagen die drei Spuren aufhören, ist dann wieder eine Plug-In-Stelle. Ja. Da kann man wieder ein, ja, ein Element, also ein Kurven-Element hier sozusagen anfügen, ohne großen Aufwand. Und hier geht dann sozusagen die Kurve relativ scharf nach vorne und fällt schon leicht ab. Und dann hier, wenn ich das so anschaut, geht dann die Kurve wieder bis hier auf Null und mündet hier in die Zielgerade, ja. Das heißt, ihr habt hier dann ein langes Oval mit zwei langen Geraden, dreispurig, komplett durchgezogen. Und das bietet natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, neue Rennklassen zu machen, sprich Nesca, ja, oder auch Truck oder Indica. Also da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Da gibt es wirklich, wirklich, ja, es ist ganz eine andere Art von Rennen. Das sind Kurzstreckenrennen, Zeitrennen, da kann man sehr viel machen natürlich. Ich möchte auch weiters natürlich auch die Möglichkeit haben, eine Boxengasse im Innenbereich zu bauen. Soll natürlich auch dabei sein. Das gehört zu Nesca natürlich auch dazu, eine Box, ja, ganz klar. Natürlich braucht man dann auch noch ein, zwei X-Weichen mehr, dass man alle Spuren auch durchwechseln kann im Bedarf. Sehr, sehr wichtig, ganz klar. Also das wird ein großes Projekt werden, was ich heuer hoffentlich verwirklichen kann, ja. Freut mich schon irrsinnig, das anzugehen. Natürlich, wie gesagt, vorher kommt der Bertl noch dran mit seinem Moskellerring, aber danach, ja, das wird sicher sehr interessant. Und ja, und autos technisch dann, wenn man wirklich sagt, man macht jetzt eine Nesca-Serie. Da gibt es schon, es gibt Karosserien, ja, von verschiedenen Herstellern. Die könnte man auf Carrera-Fahrwerke bauen, vielleicht auf DTM-Fahrzeuge oder Fahrwerken von der DTM-Klasse. Das wäre sicher eine Möglichkeit. Oder man macht einmal einen ganz anderen Weg, man versucht es mit Metallfahrwerken. Es gibt ja auch ein paar günstige, relativ günstige Fahrwerke und darauf 124er Nesca-Karosserien. Oder wie erwähnt, wirklich die 132er sicher mal anzuschauen, zumindest. Vielleicht bekomme ich hier vom Gerhard von slotcarempan.at einmal ein Muster und man schaut sich das mal an, was man aus diesen Fahrzeugen rausholen kann. Aber so weit kann ich derzeit natürlich noch nicht denken, ganz klar. Ja, wenn euch dazu, ja, was auf der Seele liegt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen an der Stelle. Und natürlich, wenn euch Videos dieser Art gefallen lasst, euch ein kostenloses Abo da, würde mich sehr freuen. Danke an der Stelle, ganz klar. Und ja, also generell Rennserien ist immer was Schönes, auch was Neues mal auszuprobieren. Ganz klar, ganz klar. Und ja, wie gesagt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, welche Rennserien das für euch sein können. Ja, also sprich, was fahrt ihr für Rennserien? Ja, vielleicht haben wir da auch Ideen für uns. Also, vielleicht gibt es Rennserien, die ihr fahrt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, gerade vielleicht für so einen Speedway, für einen Außenbereich, so einen wirklichen Speedway mit drei Spuren. Was habt ihr da für Ideen, welche Klasse hier toll zu fahren wäre? Ob 132, 124 spielt jetzt gar nicht so eine Rolle. Natürlich präferiert schon 124, aber wie gesagt, das wäre schon interessant zu wissen. Was haltet ihr davon, Jungs? Ja, ja, ich würde mal sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist einmal ein bisschen was anderes. Ich wünsche euch hier an der Stelle einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Tschüss, papa.